ja und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und neuer Aufnahme hier von mir oder besser gesagt die Sicht von mir was lasst du jetzt nix und ich will nicht in den Ethos und ich will hier kurz das angesprochene Sicherheitssystem bauen aber ich weiß nicht wie ich es bauen soll Alina wir brauchen eine Einbrecherfalle hey das ist cool wenn jemand hoch will das einfach von oben Lava kommt so join your channel oh lol oh ja genau das ist sehr ungünstig wer kann da jetzt rein Jumbo äh äh Jumbo wir nehmen gerade äh äh LPT auf sagt halt einfach mal nicht wir müssen wir müssen uns mal ein neues gemeint äh Team Passwort uns einfallen lassen ja weil das Passwort ist ja echt mal am Arsch ne das ist so das Passwort für uns weiß ich wenn wir mal alles so vom vom Serverzieher aus und dann bei uns und so um Techniker aber hier Elchie denn das wir haben ja nichts gebaut hier oben ja schlimme dir durch den Baum weg macht so er ist der Weg Entschuldigung für die kleine Verzögerung ich brauche das Bett mal runter Boah so wie mach ich denn Janis wo bist du überhaupt ich farm grad ah ok dann mach ich so lange das Sicherheitssystem ich bin auf Farming Kurs hattest du irgendeinen Plan wie das aussehen soll ich? also nö nicht ganz also überhaupt nicht nö oh no oh mein Gott oh von draußen kommt vor die rauchige Luft rein was die rauchige die rauchige Luft die rauchige Luft ja da grillt irgendjemand keine Ahnung jetzt noch ja es ist doch bestimmt jetzt grad 12 Uhr mittags weil wir nie nachts aufnehmen würden ne es ist nur halb 10 Uhr morgens halb 10 Uhr morgens halb 10 Uhr morgens und nicht mittags aber was muss das riecht echt komisch scheiße ne nicht nur scheiße nach Apfelkuchen äh äh luft 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 ja so sagt man alter wie weit laufe ich bin ja aber mein Handy mit dem ganzen und wartet nur darauf von mir runterzusch und das war dein Handy was 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 alter ich ey guck mal ich bin so fair und nüsst die Chance nicht dich runterzuschlagen weißt du du nüsst die erste Chance klar ja ich bin nie fair ok ja ha 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 scheiße das war knapp ok das sagt grad los ich auch du gehst nach hinten und springst dann alter ja ja du darfst mir jetzt schlagen das ist durch mein schwarz 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 was oh scheiße oh mein gott was seid ihr denn für ein Team ey das ist kein Team du weißt du wir können uns alle gut leiden ja das stimmt bei dem wirst du wieder nicht gut drauf kommen oh Lukas ja ich baue das zu Gagmango ich komme nicht hoch komm bau bau schneller ab oh wo ich mein Brot reinziehen er kommt gleich schon mein Gott Luft 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 das kann man als Art zweideutig verstehen man sollte den Schwanz auch ab und zu mal aus dem Mund nehmen wenn man jemanden einbläst dann bekommt man keine Luft mehr da hast du recht das ich bin jahre ich will ich will nicht neuer ich will wie er hat mich zum für den schnapparten und so ein Köln ja Kiemen ist klar bist du ein Fisch oder was ja für unter Wasser weiss du hast Fischfutter neben deinem Bett aaaaaaah ha 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 22 ha 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 ja toll und weil das blöde Bett ich woche abgebaut habe in dem Gefeck ha 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 ich warte mal wo ich rausgekommen bin I'm Spawn ja da wie geil portet mich mal nee ja vertreib doch warte warte ich sag wenn du den porten kannst port den jetzt nein bitte nicht doch porten ist zu mir ich will jetzt schon wieder sterben nein du stirbst nicht ok ich werde sterben wow alter hä what the fuck ich steck im Block und in dir wow ja ja alter noch ein äh das kann man als auch zwei deutlich verstehen ja ich konnte wo bist du ich könnte ich bin durch dich durchgefallen was zum ja ich hatte noch ein Herz ach da unten bist du ja du hast ja damit gerechnet dass ich das überleben oder ja nein ich dachte ich bin ein solange und wenn man sich so an eine Ecke stellt wird und dann wird man sich so ein Telefon die Menschen auf dem Boden gespawnt also ja ja wohl ich eigentlich ah du warst du seitdem wollte dass ich meine Sachen aufhebe ich wollte dass du unten bist also unten bist ganz nett alter gehen wir schlafen oder achten ja ich bin auf dem Weg nach oben ne Janis kann ich schlafen gell doch doch ich komm grad ihr habt doch ein Partnerbett Doppelbett ja genau nenn es Doppelbett ehbett Doppelbett 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 Alter ich komm nicht scherftig was auf einer Tost Alter Alter ich hör schon wieder Lava ups Dauer das ewig tut mir jetzt aber leid Alter oh ne warte halt Nein du bist heiße oh Gott ich will jetzt was der mir runtergefallen mach den wasserfrei bitte an ich hab kein Wasser hier oben du willst mich schon verarschen, oder? ich hab kein Wasser hier oben, ich hab einfach einen Blockding gesetzt, wo das einfach war natürlich mein, Alter, wie lange ist der Gang, bitte? Wie lange ist der Gang, bitte? Wie lange habe ich den Gang gemacht? ihr macht doch auch bloß Scheiße, oder? ich bin nicht schuld ich hab nicht angeschaut tschüss, wie lange ist der Gang? der ist ja ganz schön in Stein, der ist ja ewig lang wie komme ich nur dazu, so einen langen Gang zu machen? du bist verrückt oh, komm gerade hoch ich bin neben dem Loch, ey komm's gerade, ne? äh, lol, Juli, weißt du, was ich gerade bemerke? wenn du bei Race Minimap guckst ja hab ich den Tunnel genau auf dem Strich gemacht auf welchem Strich? auf dem Strich auf dem Strich? in der Minimap was so? willst du, Alter? guck mal, Janis, ich hab grad was gemacht nein, nein, nein ich hab nämlich nicht geschlagen, okay warte, Janis, guck mal, warte, in die Kiste hier ne, warte, in die Kiste nicht so, dann in die hier und mach den Wasserfall an dein Bett wurde blockiert oder zerstört alter, ich bring dich jetzt selber um Janis, guck mal hier in die Kiste mich? mich? was bringt der? ja, warte, kurz Juli portet mich Juli, port mich mal ne, sorry Alina ich hab keine Rechte ja, natürlich in welche Kiste und die hier da hinten alter Port nicht wirklich, es sind lauter Zombies und so da bin ich noch zwei Level ich lass mich mal umbringen guck mal, guck mal, ob du was brauchen kannst ja, den Schutz alter ja, ich bin sorry, aber du hast nicht permission, um zu performen, wirst du kommend keine Angst, da hinten ist noch ein Creeper bom, ich spiel Bomberman, man sieht's schon ja hey, cooles Haus sprichst du von uns? weil wir haben kein Haus ne, das alte Holz, der alte Holzbunker da lol, bist du da wieder ja, deswegen sag ich doch, port mich, der hat mich wieder runtergestoßen ja, schlaf doch, du Depp ja, ich hab kein Bett die hat mich runtergeschlagen, die hat mich in dem Moment runtergeschlagen, wo ich geschlafen hab Alina, lass den doch wenigstens schlafen genau, lass mich wenigstens schlafen ja, ich wusste nicht, dass er noch nicht pente hat da hab ich doch gesagt ja, da geht's, Ben keine Ausreden gepennt was blown up by Creeper was blown up by Creeper wie viel Uhr ist grad nein ich bin gleich ich will, ich will, ich will, ich wunterschlagen gut gut für dich aber ich dich oh, ich seh hier fast nix aufgeschlafen ja, ich hab dich Trampel auf mich rum macht mir nichts aus du bist ein Teppich natürlich nein alle gepennen alle gepennen